Alex, da ist einer, jetzt hätte ich dich fast gehittet. Ja, aber ich bin eh schon gewohnt von Wawa. Ja stimmt, ich habe dich ja auch schon getötet. Hey und herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Minecraft Projekt. Galaxy Race. Yo. Servus. Wir werden heute den Mars erkunden. Hallo. Kriegt man das Walsch an? Achso, hast du deine Gebiete geclaimt? Ja. Ich glaube eine kleine Ecke ist nicht jetzt geclaimt. Hast du einen Sauerstofftank? Also zum Auftanken der Raffinerie? Ich habe was zum Auftanken oben, ja. Darauf zugreifen? Ja. Kannst du drauf zugreifen? Ja. Aber lass bitte alles so verstehen wie es ist. Nein, ich tank nur mein Dings auf. Gut. Nee, du tankest nicht auf. Ja, du tankest nicht auf. Lore ist von mir schon leer. Ja, dann müsste dich zum Teutesten für den Pfiff und den kannst du was aufmachen. Wenn du möchtest, machen wir das. Nö, ich bin jetzt hier schon weiter. Phil, Alex, wo seid ihr? Nehm dir. Seht ihr den markierten Punkt von mir? Nee. Geht. Geht. Einfach mir hinterherlaufen. Aber nicht mal ohne. Doppel. Scheiß Gelett! Oh, da hinten ist ja... Oh, das Gelett geht auf den Sack, Alter. Könnt ihr mal bitte herkommen? Ja, wir kommen. Ja, wo seid ihr denn, Alter? Yo, du bist halt gleich. Du bist vor mir gestanden noch. Vorhin. Ich laufe jetzt geradeaus, gell? Wenn ihr nicht hinter mir seid, mache ich es alleine. Mhm. Ja. Und zwar mein Sauerstoff ist sehr wertvoll. Von eurer noch viel mehr, weil ihr weniger habt wie ich. Mhm. Ich habe das Doppelte von euch. Läuft. Aber das ist so witzig zu hüpfen. Ich weiß, die Welt rennen da so schnell, sonst kann ich da hinkommen. Das ist auch öster, aber es müsste eigentlich nichts sein. Noch 400 Meter. Wenn der erste Sauerstoff Tank ist, müsst ihr Bescheid sagen, ne? Jo. Du musst bedenken, wir müssen auch wieder zurück. Wo genau sieht man das eigentlich? Was? Achso, jetzt merke ich selbst. Rechts oben, Alex. Jo. Wo ist Creeper? Creeper? Boogie? Aber das geht sich ja auch nur knapp aus mit dem Tank. Ja. Aber es geht sich ja auch. Glaub ich. Was? Was denn? Vielen Dank. Was ist damit? Hier sieht das knapp aus. Ja. Echt? Ja, wenn ich jetzt schaue, auf Sechstel rück ist. Was ist denn das Sechstel, Junge? Sag doch einfach, ob es halb voll ist, halb leer. Das Sechstel. Was? Was ist denn mit dir falsch? Soll ich mich jetzt mit Messschieber hier herstellen und so als Sechstel ausrechnen, oder? Ja. Genau. Nichts zu tun. Wo wir dann stehen, den Punkt könnt ihr euch markieren, da wisst ihr wo es ist. Mhm. Das bringt uns rein gar nichts, wenn ihr da schon mal was dazu sagt. Ja, aber wenn wir es nicht schaffen mit einmal, weißt du? Müssen wir alles noch einmal craften? Ja, das ist die Höhle. Alter, ihr müsst echt noch einmal alles craften, ne? Hier runter? Nein. Da schicken wir einen los. Das holt. Das lootet. Ja, ja. Solange du überlebst, aber ohne Sauerstoff nicht. Und ohne. Ja, aber wir sterben ja nicht alle. Ich habe ja nicht mal einen Vettel verbraucht. Vorsicht, MLG hier runter. Ah ja, okay. Man verliert Leben. Ja, wo verliert? Wenn du hier stehst, kann ich nicht. Ja, MLG hier runter. Und was machen sie alle? Hier ist die erste Kiste. Hey, wie kannst du duschen, du was? Da mal ein. Ja, aber du gehst die mit? Vorsicht, hier vorne sind die ersten Spawner. Im Boden. Lol, schon lustig. Oh, lol. Spawner abbauen. Ich fahre gerade auf, da ist ja wohl kein Sound mehr. Ja. Ich schon, das ist eine Tropfsteinhöhle. Nein, die brauchen wir nicht abzubauen. Los, weiter. Wir haben keinen Sauerstoff dafür. Okay. Oh, lol. Ich darf euch nicht hätten, sonst seid ihr dauernd. Ja, das stimmt. Boah, das ist so eng. Ich brauche noch abbauen. Ich brauche noch abzubauen. Ich brauche jetzt nicht vorne. Alles, weiter geht's. Nächste Kiste. Hey, weg. Oh, lol. Nein. Oh, ihr Deppen. Alex, ich habe gesagt, ich loote und teile dann auf. Achso, okay. Gibst du mir das bitte, was du eingesammelt hast? Ja, können wir nachher auf dann, oder? Hey, wir haben noch zu viel Tank. Ja. Es gibt noch... Aha, Alex, geh weg. Sehr viel. Ja, wenn ich euch hätte, ist auch vorbei. Hm. Ich bin vorne oder hinten von hinten. Und oben? Ja. Ich stehe nur von Steve bis jetzt. Ja, weil du rennst immer vor mich. Creeper Head. Das ist gut. Das ist gut. Das Essen nicht vergessen, gell? Sonst trackt ihr nicht. Zombiespawner? Lore. Alter! Die hat dies... Lore! Steve, du musst nicht haubleiben. Ja, weil ich critte. Wenn du mich zweimal so haust, bin ich weg. Ja, ach. Deswegen soll der ja nicht vor mich rennen. Einmal habe ich die stärkere Rüstung. Und, alter. Hier. Nicht rein rennen. Nicht rein rennen. Creeper. Okay? Ready? Gold Apfel rein und drauf. Sieht, wo kriegen wir die Tarn her? Da wo du hier hinkriegst, ne? Creeper. Also immer aufpassen. Lore. Hey, da kommt ein Mini Creeper. Immer drauf klicken, dass ihr zurückschießt. Jo. Kann man denn so an einem Mar-Hitzen, ja? Kann man nicht sterben. Er schießt direkt immer auf mich, der Bisser. Dann kann man nicht normalen. Treff gut. Treff gut. Nein, den kannst du nicht normalen. Den kannst du nur mit hinkriegst. Da ist Creeper actually aufbauen. Nein. Da kommt Creeper raus zu treppen. Alter. Treffer. Hey, es geht nicht zum aufbauen, Philipp. Treffer. Alter, dieser Pisser. Treffer. Du spürst den Bing-Bong-Stil. Treffer, ich muss geppeln. Hey, unser alte Mini Creeper. Ich muss geppeln. Ich muss geppeln. Er darf nicht in die Ecken schießen. Ich muss geppeln. Treffer. Warum darf er nicht in die Ecken schießen? Weil dann zerstört er die Eier und dann kommen kleine Creeper raus. Viele kleine Creeper. Da kann ich den echt kein Damage machen. Warum schießt der immer auf den Boss? Schießt du mal auf meine Mitgehilfen hier? Wollen wir mal wechseln? Übernimmst du mal kurz Alex? Jo. Gut. Aber er schaut Dino. Geh weg, Alex. Jetzt steh dich Dino. Alex, geh weg. Alex, geh weg. Alex, geh weg. Der ist gleich down. Wie er die half-up nur Dino angeht. Dieser Pisser. Ja, weil der Steve als erstes in die Dungeon habe ich auch nicht. Alter. Ich schau mal gemütlich zu, Steve. Alter. Alter. Das bringt aber hier groß an aufzumucken, der Pisser. Steve, das ist wieder ein gutes Fun. Alter. Das ist zum Glück überhaupt nicht anstrengend, was der Pisser hier mit mir macht. Der Aux wird nur getausdrucken. Und auch noch. Ja. Scheiße. Scheiße. Was passiert hier? Er warft. Alex. Warte. Warte. Das, was wir vergessen haben. Na, meine Level. Meine Level. Verpisst euch. Phil, geh weg. Da ist ein Knochen. Die fliegen alle zu mir. Hey, ob du einen coolen Schlüssel kriegst. Ja, gib mal bitte. Schau mal wie cool er ist. Weißt du, was wir vergessen haben? Was denn? Aufzunehmen. Ja, lord. Ich hab. Du hast? Mhm. Oh, geil. Deswegen hab der Slump. Braucht er mal auf. Irgendwo. Warte mal. Buddelt mal bitte die Wände auf. Ähm. Hast du die Wände da unten oder da oben? Wände. Einfach nur zur Seite. Weil irgendwo muss der Gang rein sein. Für die... Der war aber eigentlich immer auch hier hinten. Ich glaub ich hab das gefunden. Hast du? Wo? Achso, die ist auf Höhle. I don't know. Oh, die Höhle ist... Aua. Sorry. Warte mal, hier lang. Oder? Ach ne, das ist die Höhle. Aber irgendwo hier muss die Truhe sein. Was war'n das? Ja. Closting. Aber hier muss irgendwo die Truhe sein. Hey, ich hab da Dash-Orang von... Du kannst aber nicht abbauen, glaub ich. Vom ersten Tank ist die Hälfte weg. Ja, dann kommen wir easy hin. Wir brauchen die Truhe. Ohne die Truhe bringt's uns gar nichts. Closting könnt ihr auch mitnehmen. Brauchen wir definitiv. Mhm. Fuck, wo ist die Truhe? Oh, da unten. Achso, jetzt ist es eine Höhle. Naja. Das ist eine riesige Höhle unter uns. Ich weiß. Nicht reinfallen. Mit Winfos einigfallen. Haha. Ja, nicht ganz so Closting abbauen. Okay. Mann, wo ist diese... Ah, fuck. Ach, hier. Warte mal, hier rein. Ne. Doch. Wo sind wir gekommen? Von der links? Hier, gell? Ja, am Gang, gell. Da ist aber noch ne... Ja, ich hab... Hab ich sie, hab ich sie? Ja! Wo denn? Nice. Da in der Mitte? Ne, neben am Eingang. Ayo, Lor! So ein kleiner Schlitz. Mhm. Achso. Hey, Lor. So, Jungs, seht was wir bekommen. Nichts. Mhm. Hä? Auf die Scheiße. Geht nicht. Doch jetzt. Lol. Und also Werkbank? Ja, dann kriegst du halt Raketen, Werkbank, Bauplan 3. Aber die haben wir ja von Daniel alle schon gekriegt. Mhm. Mhm. Kriegen wir die Kiste auch, das wäre witzig. Weiß nicht, ich probier's gerade. Warte bei Axt. Ja, es geht. Ah, oder? Na. Oh. Super, Jungs. Hab ich das nicht schön gemacht? Ja, war super. Gut, dass ich zum Schuschern mitkommen bin. Guck mal, die Kiste kann man da abbauen. Wir gehen jetzt mal runter in die Höhle und holen noch Dash, weil wir brauchen Dash. Aber ich kann's mit Iron Land abbauen. Das kann man da abbauen. Ja. Komm dir mit in die Höhle, bitte. Achso, ich bin closed damit. Wo bist du? Geht's hier runter und hol mir Dash. Dash. Ich hab ein glück hab ich einen Automaten, der ist für mich selber perfekt. Ja, wenn ich aber einmal hier unten bin. Such mal in die grüne Eingörnerin. Das ist das, was oben bei uns beim Wasser ist. Ja. Oh. Ich sammel das Dash. Sammel ich das auch? Das ist Team? Ah ja, hier gibt's alles. Du wirst jetzt irgendwie ein bisschen Käse. Steve ist noch mit Bacterial Sludge Pack. Slushies. Slushies. Keine Ahnung. Kann man das Wasser tun, oder? Ja, das kann man nicht tun. Das ist kein Wasser, Kollege. Immer noch nicht. Das ist Bakterienwasser. Das ist, wenn du da reingehst, kommen da grüne Viecher raus. Echt? Ja. Muss ich mal machen. Kannst du töten, Nikos. Ich spreche. Ah ja, lol. So ganz kleine. Oh, lol. Ich weiß, so kannst du dir auch eine Monster-Farm machen. Stimmt. Hey, nimm das mit. Statt Wasser. Ich weiß nie, wo ich runterfalle. Ich weiß nie, wo ich runterfalle. Ja, ich kann nicht Bacterial Dinge aufstellen, oder? Hupfer. Eis. Lauf einfach mal hier durch. Alter. Die geben aber ordentlich Level, gell? Mhm. Ich hab schon wieder 20 Level. Echt, du? Ich hab ja auch oben aufgesammelt von dem Reaper. Es gibt auf jeden Planeten einen Boss. Das ist cool, ja. Ey, wo lockt ihr die alle an? Das wäre nicht weniger. Ich weiß. Ich weiß. Steve ist ja nicht mehr mehr. Ich bin schon Half-Life. Ich weiß, es wäre nicht weniger. Alter, die vermehren sich doch nicht mehr. Ich hau gleich einen Gold-Apfel rein. Nein. Sorry, Steve. Hey, Steve ist auch nicht nicht schlecht. Wenn ich dich hitte, bist du down. Ja, ich weiß. Du bist die geilste XP von auf der Erde. Auf dem Mars meinst du. Wie viel XP hier einfach rumliegt. Ich rack nicht mehr. Oder im Universum. Ich bin schon Level 13. Alex, da ist einer. Jupp. Alter, jetzt hätte ich dich fast gehittet. Ja, aber... Ich bin eh schon gewohnt von Valor. Ja, stimmt. Ich hab dich auch schon getötet. Mhm. Du musst noch was bestimmtes Farms ziehen, bevor unser Sauerstör weg... Ja, hab ich doch gesagt. Dash. Dash. Ja, Dash. Dash. Immer nur Dash. Aber Dash kann ich nicht auch bauen, glaube ich. Das ist klar. Das kommt mir auch gerade so vor, weil ich nichts hitten kann. Ich hoffe, die hitten uns jetzt nicht 20 mal. Oh, jetzt hab ich Phil gehittet. Phil, du verleben hast du? Steeeeeeel. Gleich sind wir alle drei hin. Nein, Gott sei Dank nicht. Nein, ich komm nicht weg, ich stecke in Block, Steve. Echt? Ja, hütt mal. Alles. Nein. Das Vieh hat dir schon geholfen. Ich töte es auch für dich. Alter, die Dinger springen aus dem Boden. Damit kannst du Baseball spielen mit den Dinger. Gebt ein Like, abonniert uns und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bye! Bye-bye! Bis zum nächsten Mal.